So, Berkan dort hinten. Auf Maxi. Und jetzt Berkan nochmal in die Spitze auf Dennis. Komm Dennis, geh! Jawohl! Jawohl! Oh, ein herrliches Ding! Schade, da war schon der erste Lattenknaller von Dennis. Ein super Schuss, schade. Von Felix auf Serkan. Serkan, ja komm, sei schnell! Jetzt! Ein halber Torschuss. Oh Mensch, so ein Pech. Etwas mehr nach innen und Maxi hätte ich gekriegt. Oder aufs Tor, dann wäre er vielleicht ins lange Eck gegangen. Das war Pech. Herrlich, oh nur herrlich, herrlich. Jawohl. Jawohl, schöne Flanke jetzt, schöne Flanke. Ah, da kommt er gerade noch jetzt. Dennis! Mastmerch, Dennis! Ich dachte, er kriegt den rein. Okay, super Reaktion, Jungs. Weiter so. Ach, gucke. Jetzt haben wir Mexi. Komm, geh! Jawohl! Genauso! Jetzt! Geht's! Jawohl, jetzt! Und ich schiebe! Und Otto! Dennis! 1 zu 0! Klasse geschossen! Das 1 zu 0 in der 17. Spielminute. Hochverdient! Klasse Angriff! Super gemacht, Jungs! Ja, der muss sein! Ja, bravo! Dennis, auf Mexi! Mexi heben! Jetzt heben! Jawohl, jawohl, jawohl! Nein! Nein, das gibt's nicht! Das gibt's nicht. Geschoben, gezogen. Mexi schiebt auf Serkan. Und das gibt's. Eckball. Ah, toll gespielt wieder, Jungs. Von Dennis eingeleitet auf Mexi. Mexi auf Serkan. Und ja, der trudelt vorbei. So Pech aber auch. So. Dennis, Dennis mit Steipers. Auf Mexi, jetzt! Mexi, Mexi, mach es! Mach es! Mach es! Ja! Ja! Nein! Nein! Ah, das gibt's nicht. Der hat ihn geschubst. Oh, herrlich, jetzt! Oh, nur! Maxi, Maxi, Oh, nur! Und jetzt! Ja! Da ist es! Da ist es! Das 2 zu 0 von Marcel Wolle genommen auf Pass von Oh, nur in der 27. Spielminute. Und jetzt habe ich es nicht richtig drauf. Ich hoffe, der Cem hat es drauf hier. So, da war das 1 zu 3 zu 0. Herrlicher Pass. Wer war das? Lars hat das 3 zu 0 gemacht. Wer hat den Pass gespielt? Oh, herrlich! Das war gleich in der ersten Spielminute der zweiten Halbzeit. Maxi, Maxi, Maxi. Maxi war das. Maxi, Maxi. Ganz einfach ging's hin. Pass von Maxi auf Lars und schon steht es 3 zu 0 in der ersten Spielminute der zweiten Halbzeit. Also total 31. Spielminute. Super, Jungs. Unruh! 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 Immer noch Unruh! Herrlich! Und jetzt versucht er es mit dem Torschuss! Oh! Ein herrliches Ding von Unruh! Super gesehen! Klasse! Auf der Linie der Kubi! Das war wie ein Torschuss! Sagen wir mal, das war das 4 zu 0 von Kubi. Hat er gehalten. Super, Luki. Jawoll! Oh, nur! Herrlich! Auf Maxi! Jetzt Maxi sehen! Jawoll! Auf Dennis! Und Dennis! Flanke! Oh, ja! Da, 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 da! Oh, Maxi! Maxi! Jawoll! Maxi macht's! Haut einfach mal drauf in der 44. Spielminute Maxi zum 4 zu 0! Nach Vorlage, Auflage von Kili, würde ich fast sagen. Bravo! Kili, schieß! Ja! Herrlich! Schön! Von Kili rausgespielt auf den Felix. Felix bringt ihn rein. Jawoll! Unruh jetzt! Es ist nicht zu fassen. Unruh auf Ibo. Mensch, das wäre dem Ibo zu wünschen gewesen. Schade, schade, schade. Eine schöne Aktion, aber eingeleitet von Kili. So, Maxi. Ja, schönes Ding, schönes Ding! Und jetzt Felix! Jawoll! Der Felix zum 5 zu 0! Nach Ecke vom, äh ne, Freistoß von Maxi. Und im zweiten Versuch der Felix zum 5 zu 0. Jetzt hat er sich auch noch wehgetan. Hoffentlich geht's weiter. Oh, oh, tut weh! Okay! Prima, Felix! Super Ding! Ibo! Aus der Abwehr heraus! Ibo! Ibo! Auf! Marcel! Nach links! In die Mitte wieder! Jetzt durchgehen jetzt! Berkan hat ihn! Berkan macht zum 6 zu 0! In der zweiten Nachspielminute bereits gegen Hajduk. 6 zu 0! Herrlich! Prima gespielt, Jungs! Ver Pickel Birdens. Prof ا Das ist ne g remote! Auf! Green reignานier! Das ist ne gachi da zu! K której günstig ist,斃? Na, wohin fangen! Wir machen jetzt! Töckig ein eigenes Leben!